Ich möchte noch mal wieder die Ernsthaftigkeit reinbringen und nicht im Detail vergehen. Wir werden zum Beispiel in bestimmten Sendern immer wieder an unsere dunkle Vergangenheit erinnert und das permanent und das gebetsmühlenartig und ich glaube, die meisten können es einfach kaum noch ertragen. Aber eins ist doch ganz definitiv. Wenn die Leute zum Beispiel zu mir sagen, willst du die Deutschen reinwaschen, dann sage ich, nein, aber ich will den Dreck ein bisschen gleichmäßiger verteilen. Das ist ein sehr großer Unterschied. Auch in meinem Geschichtsverständnis schneiden die Deutschen in vielen Fällen nicht besonders gut ab. Zum Beispiel zur Zeit. Ich weiß nicht, wer in 70 Jahren fragen wird, habt ihr nichts davon gewusst? Ich weiß nicht, wie wir dann antworten sollen. Wir haben es gewusst. Wo ist der Unterschied der Propaganda von heute gegenüber damals? Wir wissen, dass die Amerikaner mit ihren deutschen Vasallen in einem Krieg sich befinden, wo unsere Bürger ums Leben kommen, wir deren Menschen dort abschlachten. Vielleicht mal eine kurze militärische Statistik. Im Ersten Weltkrieg waren die sogenannten Kollateralschaden, das heißt, die Zivilpersonen, die ums Leben kamen, unter 10 Prozent. Im Zweiten Weltkrieg waren es 40. Zurzeit im Irak und Afghanistan sind es 90 Prozent Zivilbevölkerung. Soweit zur chirurgischen Kriegsführung. Das ist nämlich die Realität. Und keiner kann sagen, er hat es nicht gewusst. Wir wissen es alle. Wir wissen, dass Herr Busch, Herr Blair uns gnadenlos belogen haben, sie dort sind und Menschen ermorden. Und das ist ein Angriffskrieg. Das können wir doch nicht mehr schönreden. Und das Problem ist, wir glauben mit unseren komischen Pseudowahlen, diese Lachnummer, die alle vier Jahre stattfindet, dass wir tatsächlich neue Politiker wählen. Und wer das nicht mag, der kriegt noch an den Kopf geschmissen nach dem Motto, wie kannst du dich denn aufregen, du hast ja nicht mal gewählt. Ja, wen denn? Ich wähle doch nur Leute, die auf meine Koste Karriere machen können und letztendlich trotzdem ganz andere Interessen vertreten. Auch das ist die Realität. Eins ist Fakt. Wenn die die Schnauze vom Volk voll haben, und da liegt das Hauptproblem, ich glaube, die Politik hat die Schnauze von uns voll. Und wenn sie die Schnauze voll hat vom Volk, dann macht sie sich ein Neues. Und dafür hat man Medien. Das ist doch eine ganz einfache Geschichte. Da wird im letzten Jahr die Bevölkerung gefragt, es kommt ein bestimmtes Ergebnis. Und ein Jahr später wird die Bevölkerung mit derselben Frage konfrontiert. Es kommt ein völlig anderes Ergebnis raus. Man hat sich einfach ein neues Volk gemacht. Wenn wir langsam verstehen, ich muss langsam ausholen nochmal, es ist mir jetzt sehr wichtig. Wenn wir langsam verstehen, dass es an uns liegt, es gibt nicht die Täter und die Opfer. Es gibt eine Danistokratie und wir sind alle Danistokraten, wir gehören alle mit dazu. Wissen Sie, warum bei uns die Nahrungsmittel im Verhältnis noch so billig sind? Ich sage nicht Lebensmittel, ich sage eigentlich Nahrungsmittel, um das Wort Füllstoff zu vermeiden. Wissen Sie, eins ist entscheidend. Satt geht nicht auf die Straße. Das ist der einzige Grund. Satte Menschen gehen nicht auf die Straße. Und jeder Hartz-IV-Empfänger kann sich vollstopfen mit Bürgern bis Anschlag und jeden Tag auf seinen TV-Flachbildschirm gucken. Das sieht ihm das Gesetz zu. Hier liegt eine Ursache der eigentlichen Problematik. Wir haben heute den Weltvegetarier-Tag. Ich möchte daran kurz erinnern, viele wissen, dass ich Vegetarier bin, nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch aus moralischen Gründen. Weil wir, denken wir alleine an die Ernährung der Tiere, alleine an der Kante überhaupt mit den Tieren. Die werden vollgestopft mit Hormonen, übrigens auch mit Beruhigungsmittel. Auch ein Mittel, um uns nicht auf die Straße zu ziehen. Überlegen Sie, was Sie sagen, sich hineinstopfen. So, das nächste sind weitere Drogen. Das Fernsehen, die Pornografie. Wir finden es völlig normal, dass um 0 Uhr, ich glaube nicht, dass man ihn als Prüde bezeichnen kann, aber das geht nicht darum. Es geht darum, dass wir nachts um 1 Uhr im Fernsehen haben, bei RTL eine 60-jährige Frau, die sich da nackt einen runterholt. Ich kann es nicht anders bezeichnen und sage, mach mich an, mach mich geil, ruf mich an, 0190. Solange das nicht unterbindet, dieser Wahnsinn, der hier abläuft, werden wir nichts verändern. Und wir haben es selbst in der Hand, dieses Ding einfach auszulassen. Fangen Sie an und schmeißen Sie den Fernseher auf die Straße. Lassen Sie sich abends von... Entschuldigung. Lassen Sie sich abends von Jan Hofer nicht die nachgerichteten Informationen, deshalb heißt es Nachrichten, weil etwas nachgerichtet wird. Lassen Sie die Dinge nicht vorlesen, weil es einfach falsch ist. Das Gegenteil ist vermutlich richtig. Wir wissen, Ich frage mich freie Informationen. Ich habe noch nicht einen einzigen Taliban-Führer auf Afghanistan im Fernsehen gesehen, der interviewt wurde. Und zwar in seiner Sprache, deutlich mit Untertiteln in Deutsch. Warum wird er nicht gefragt? Könnte es sein, dass er Informationen hat, die wir gar nicht hören sollen? Das ist eine riesen, ernst gemeinte Frage. Was hat das mit freiem Journalismus zu tun? Und an dieser Stelle möchte ich Christoph Hörstel kurz grüßen, weil der ganz wichtig ist und ein großer Vorreiter, der sich nämlich für diese Gerechtigkeit einsetzt. Ich fordere uns, Sie, uns alle auf, wir dürfen uns nicht abhängig machen von diesen Drogen, TV, Kaffee, Tee, Drogen in jeglicher Form, die wir zunehmen in allerlei Formen. Wenn wir anfangen, uns wieder gesund zu ernähren, tatsächlich wieder mit Gemüse, tatsächlich wieder mit vernünftigen Eiweißen und wieder darauf achten, was wir alleine zu uns nehmen, ich glaube, dann wird auch das Gehirn mal wieder freigepustet, dass wir schlicht und ergreifend wieder denken können. Das ist entscheidend. Danke. Danke. Danke auch. Danke auch. Genau. Wir können alle, alle, alle. Bravo. 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 danke. Bravo. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.